Wenn die SPD Tempo 120 auf Autobahnen, die Grünen Tempo 80 auf den Landstraßen als Obergrenze das Wort redet, dann zeigt sich, Rot-Grün will die Bundesverbotsrepublik. Das ist ein Irrweg. Es ist bezeichnend, dass sie bei Wirtschaft und Arbeit auf der Bremse stehen, beim Abkassieren und Bevormundung richtig Gas geben wollen. Das lehnen die Menschen zu Recht ab. Wir haben viele Strecken und zeitbezogene Geschwindigkeitseinschränkungen. Wir haben die sichersten Autobahnen der Welt. Der mündige Autofahrer fährt vorsichtig und sicher und braucht nicht rot-grüne Kommandos.